Ich glaube ich mache Waffen des Lichts mit Sniper und einem Besargerät Oh, ich nehme die Bumme nämlich hinten Wenn sie kommen sollten, dann nehme ich sie zum Besargerät und schieße sie raus Oh, unbedingt Spezial-Mutition, alles nix Sniper sowieso niemand, oder? Alles wie der Shotgun ohne Action Führung übernommen Zone B ist neutralisiert Okay Alter, kann ich dich mal töten bitte? Ohne Spezial-Mutition Wer hat die denn jetzt genommen bitte? Die hab ich genommen Ohne Spezial-Mutition Schön Ohne Ohne Nebens ein Er ist tot Zone B verloren Neu Feiter Zone B erobert Ich seh die aber auch nicht Was sind die denn? Lol Haben die Mannen? Der verreckt mich nicht so Es ist durch ihn, glaub du, ja Ohne Oh man Oh man Schwere Munition kommt Ich krieg den nicht tot, der gewinnt wieder Dorn im Nahkampf Die wagen wir nicht, ne? Die wagen wir nicht, ne? Naja, keine Chance Ja, ne? Nimm sie Ja, die ist ja hart Schon mal Ich seh nicht Bei die Oberen noch, aber ich weg der hat sie Ich hab mal wüsste, wo die wären Ich hab mal wüsste, wo die wären Machen wir mal eine Bubble bei B Das läuft Ja klar, der verliert jetzt Ja klar, ich komm mal mit dem Ich bin der Knobabum mit Hä? Ja genau Was ist denn das? Wir will hier gegen drei Leute, gell? Ist ja klar Deswegen sind wir so wenig Gegner Wir sind vorne, ja Vier gegen Fünf, ja Nur D, ja, nein Nehm, A, die Tritte hier, ich bin klar Hier, ich glaube, ich bin hier Zone C verloren Ja Ich muss jetzt B Ich kann nicht fahren Falt hat Zone C eingenommen Der Falt hat alle Zonen Ihr habt Zone B neutralisiert Zone A neutralisiert Zone A ist sicher Hä? Der war doch eben vorne Wieso ist denn jetzt wieder hinten? Naja, es ist da denn los Das Das macht unser Team eigentlich Wieso nehmen wir nicht mal B ein, ey Das kann doch nicht wahr sein Ich war gerade bei B Da hängen zwei wieder Einen hab ich mitgenommen Ich war die ganze Zeit bei B Ja, ich war die ganze Zeit bei B Freit hat Zone B erobert Die nehmste halt zu schnell ein Kannste halt nichts machen Kannste halt nichts machen Der rennt einfach wieder weg Sau stark Ihr habt Zone B neutralisiert Der macht irgendwie super Der macht irgendwie super Der macht irgendwie super Das ist so geil. Ach komm jetzt! Das Mova-Bombe ist schon wieder auf mich drauf. Das ist doch ein Witz, oder? Ich schieße halt auch zweimal an denen daneben. Das ist doch ein scheiß Witz jedes Mal. Dass ich hier für ein scheiß Pech habe. Das ist einfach nicht zu fassen. Ja, Schwere ist schon wieder weg. Sauber. Wart jetzt bloß nicht mal. Könnten ja mal alle vier schwere Munition haben. Das geht natürlich gar nicht. Ja, ja, MG sitzt da hinten und wartet. Super toll, sei denn. Ach, nimmt ja. Jetzt wird mir alles geglaubt. Ich rede hier halt keinen mehr. Ach, wie schnell. Mova-B verloren. Noch fünf Minuten. Stirb halt mal. Schon wieder drauf. Das stört ein Flings von dir. Der hat nichts mehr. Das ist so geil. Ohne W ist sicher. Tja, ich sehe ja nie jemanden. Ich versuche von hinten zu kommen und dann sind sie alle schmützt gut. Was soll ich da machen? Ja, die war voll. Die war super. Was macht ihr denn? Jetzt kommen sie gar nicht mehr. Ja, jetzt gehen sie raus. Ja. Ich bin mal gegen einen. Das ist unbeschließend. Aber da wird kommen gar nicht so ins Päckchen rein oder so. Wenn ihr nehmt, dann ist das anders auch. Wahrscheinlich. Wir haben Zone C neutralisiert. Das sind da eine A, ey. Gute A. Das ist nur noch nur einer. Ja, da steht nicht einer. Du stirbst den. Was machst du denn? Der war fast tot. Ich bin wieder nicht richtig getroffen. Ich bin jetzt die Schwere. Gegen einen ist das ja. Ja, cool. Mal möglich. Das muss ich immer in den Zonen machen. Ich bin nicht mitzüglich, ob er überhaupt mal Zone einnimmt. Oh, das ist spannend. Jetzt sind wir C ein. Jetzt geht's jetzt in den Zonen, oder? Ja, Olympia. Zonen A ist sicher. Alle Zonen unter Kontrolle. Mensch, ihr fett mit drei Schuss rum gegen einen Gegner sind. Nein, du nimmst nicht C. Ja, Blendgranate. Hey. Was ist denn der los? Geh mal gleich zur A, weil der wird wieder drüben sporen, dass er nicht jetzt A einnimmt. Aber es dauert alles nur noch länger, aber es ist sowieso so in zwei Minuten vorbei, aber trotzdem. Was soll der Blödsinn? Ja, der rennt, du ja. Ich soll jetzt nicht die ganze Zeit die Zonen einnehmen, sondern einfach rausgehen. Er hat Zone C eingenommen. Totale Kontrolle. Gute Arbeit. Er ist bei mir. Er kriegt schon kaum Punkte jetzt. Das ist halt der Kack. Seit innen. Er ist schon über C. Neun. Jetzt wird er bei A spawnen sehr wahrscheinlich. Ich schieße halt an ihm vorbei. Und dann dreht er sich rum und dann bin ich tot mit seiner ultra schlechten Behind-Shotgun. Können da nochmal Leute reinkommen oder kann das meins vorbei sein, wenn er? Ey, ich fange sogar gegen einen Gegner fange ich super. Gib dir das mal. Noch 30 Sekunden. Gegen einen Gegner fange ich natürlich das super, was er sich mühsam aufgestaut hat über 25 Minuten. Das ist doch nicht normal, oder? Soll es halt einfach sein lassen. Nur noch 10 Sekunden. Ja, schon spannend. Das ist halt echt. Ich bin nie um echt gegangen. Deine Fähigkeiten hätte ich auf den Nachdenken gebracht. Wenn dann ging der auch immer noch raus. Also ich wäre nicht drin geblieben oder ich wäre nicht mehr rumgerannt auf jeden Fall. Ja, ich hätte eine geraucht in der Zwischenzeit. Ja, ich hätte mich hingestellt und fertig. Ja. Vielleicht finden wir eine KD. Weil, weil sie gehen vor. Ja, sie macht. Sie hat ja sogar mehr Kills gemacht als wir. Das war's.